Soho, let's go ladies and gentlemen, grüßt euch zu nem neuen brandscharfen Teil von Portal mit, ah, nem Herz Yo, ey, bist du oft zu legen So, ähm, ah ja genau, genau, genau Hier mal wieder kurz einfinden So, na Wie geht's euch heute? Wie geht's euch heute in der heutigen Episode? Schaut doch immer noch gut Mir geht's langsam wieder besser, mein Schnupfner hat aufgehört Also langsam, ähm, da ist er nicht Oh, stopp, hä? Mann, diese Geschafft, der gewichtete Begleiter-Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht Yay Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten Nein Bitte bringen Sie Ihren Begleiter-Kubus zur Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage Nooo Nein, bitte nicht Ernsthaft, oder? Ernsthaft Ernsthaft, nee, oder? Oh, nee Hey, ich hab noch Radio Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker des Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher urbanischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat Sie haben Ihren treuen Begleiter-Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher Herzlichen Glückwunsch Natürlich neben der Porta-Kanone So Uh, jetzt schauen wir mal hier, was diese nächste Kammer für uns bereithaltet Oh, ich freu mich schon Ich freu mich schon, wie ein Schnitzel Wie ein Schnitzel Wie ein Schnitzel Wie ein Schnitzel 18 Uh, das... Oh Das Enrichment Sensor gibt Ihnen folgenden Hinweis Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen Ja Man hat es gerade nur beim Musical Wow 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 Heiß Ist da irgendwas? Oh Ich hab... Das Radio Das Radio Das Radio Das Radio Ja Ha, ha, ha Oh Einfach nur geil Warte, was sind da hinten, na? Ist da irgendwas? Müssen wir mal schauen hier Wir sind doch immer hier die kleinen Easter-C-Fixen Ist ja gar nichts Was ist das für ein Kack? Ist ja langweilig Oh 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 Alter, wenn das nicht mal so eine James Bond-Aktion war hier Dann weiß ich auch nicht mehr Bescheid Schau nicht so blöd Ja Oh 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 Wir müssen jetzt da hier so eine vollfette Oh, 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 oh Oh Nein, nicht das Radio Nicht das Radio Oh 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 nein Jetzt sind wir schon zweimal gestorben Eins Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen Ist doch eklig, gib mir das verdammte Radio Mann Jetzt bin ich gestorben Nur wegen Keine Ahnung Wegen mir Ist doch fake Fake und gay, ey Mann Oder Moment mal dahin, muss ich ja gar Oder? Muss ich eigentlich? Muss ich dahin? Oh, die sind ganz schön fies, ey Diese Säcke Die sind ganz schöne Säcke, ey Okay Ganz schöne Säcke sind das Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Jawoll Nein Wieso? Oh, ich hab's doch gar nicht gelassen Oh Oh, ernsthaft Ernsthaft Das macht mich alles so wütend Was, was muss ich denn hier überhaupt machen, ne? Oh, Gott Wirklich Ganzhaft Das ist doch Scheiße Das ist doch echt zum Kacken Ist das, Mann Ah Und dann versage ich noch Oh Jetzt wusstest du langsam du hässliches Etwas Ja, was wollten wir? Ja, ja, komm hier, schieß dich doch an Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ich ja gar nix. So, was sollen wir denn machen? Müssen wir was machen? Irgendwas cooles? Hä? Was geht's denn? Und... Wir warten hier. Was geht denn hier aus ab? Oh, 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 oh. Los, mich, dich töten. Ah, ah, ah. Au, 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 au. Oh, au, 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 man, oh. Okay, ist klar. Oh, oh. Und du stirbst. Ich seh es, ich seh es kommen. Und drei. Und, oh, 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 oh. Mann, 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 ey, chill. Und du wirst auch sterben. Ah, es kommt schwierig, wenn du bestirbst. Doch, du stirbst. Yes. You die. Und you gonna die, too. What? Alter, du stirbst. Na, also. Perfekt. Los. Funktioniere. Na, super. Ja, was müssen wir denn machen, ne? Ah, das müssen wir noch machen. Okay, verstehe. Jawoll. Oh, oh. Na, wenn das nicht mal ultra-boss-like ist, ey. Uh. Ha, 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 ha. Hm. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Aber mein armes Radio ist tot. Ah, Gott. Wirklich. Ich, 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 es wurde einfach fallen gelassen. Obwohl nicht mal ich, nicht mal ich bin dafür verantwortlich gewesen. Das ist, ist doch einfach nur schlimm. Das ist doch einfach nur echt. Was jetzt? Oh, was, 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 was? Ich hab... Ah, ich verstehe nicht. Oder? Hä? Ich soll das verstehen? Oh, wow, 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 wow. Ich verstehe es nicht. Versteht ihr das? Oh, je. Hä, nä, nä. Hä? Verstehe ich nicht. Also, sorry. Oh, 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 doch, 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 doch. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es, glaube ich. Fuck. Fuck, ich habe das Falsche gemacht. Okay, nochmal. So. Welches muss man drücken? Okay. Wir müssen rechtsklicken. 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 Und... Oh, yes. Oh. Gewichteter Speicherkubus zerstört. Kommt ihr was nach? Ah. Gut, komm. Ja. Gute Sache. Gute Sache. Okay. So, was jetzt? Wir müssen uns wieder auf das Ding warten. Okay. Hau rein. Ah, wir verstehen es langsam. Ah, ich liebe es, wenn wir was verstehen. Was sind wir jetzt überhaupt machen mit dem? Ich höre das Radio. Ich höre das Radio. Ich habe das Radio gehört. Kein Scheiß. Ich habe das Scheiß Radio gehört. Alter. Ich habe das Radio gehört. Ich höre dieses verkackte Radio. Alter, hört ihr das auch? Oder kriege ich schon echt Halluzinationen von diesem Ding? Ich mache auf jeden Fall mal die Biege. Scheißegal, ich habe das Radio da sein oder nicht. Und nailed it. Nailed it. Ich mache mal einen Abgang. Jawoll. Boah. Wichtiger Testapparat. Yay. Komm, wir schießen dich auf den Mond. Irgendwie schießen wir dich jetzt auf den Mond. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie schießen wir dich jetzt auf den Mond. Da geht es ziemlich weit runter. Komm, das jetzt machen wir uns ein wenig Späßchen. Wir machen uns jetzt ein wenig Späßchen. So, was müssen wir jetzt machen? Ah, ich verstehe. Hä? Okay. Nee, du hör auf. Mann. Jetzt sag mal, verpasst du mich? Na, danke schön. So. Okay. Oh. Ach, fuck. Nein. Und ich sterbe. Nein, jetzt ist dein Zimmer gestorben. Ich werde jetzt nie mehr sterben. Alle guten Dinge sind drei. Drei. Habt ihr gehört? Drei. Nie mehr. Nie mehr zum Teufel. Ja, ja, ist gut. Mir wuchst. Also, ich muss dann. Okay. Hab verstanden. Oh, jetzt gibt's voll die Kombo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sehr gut. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, wenn die Umstände gefährlich sein können. Oh, 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 oh. Nichts ist gefährlich. In einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Oh, wenn ich einmal nochmal das Wort Seminar höre, ey, dann raste ich aus. Zurzeit habe ich es einfach nicht mit diesem Wort Seminar. Gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ladet Daten, ne? Schön. Hoffentlich ladest du gut und schnell und fröhlich und gesund. Oh, es ist jetzt die alles entscheidende Ultra. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräte-Rückgabe-Komplex ab. Das ist bald. Nach den Vorschriften des Engagement-Centers müssen beide Hände leer sein. Kuckuckuckuckuckert. Also, auf jeden Fall, ich mache jetzt erstmal Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch wenn wir nicht das Radio diesmal gerettet haben, mein Beileid an das Radio. Dafür werden wir es ja in dieser Kammer wieder finden. Und dann werden wir Kuchen kriegen. Hoffentlich Schokosahne. Ich liebe Schokosahne. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann mich wieder mal längst einmal begrüßen. Ich wiederhole mich immer wieder, aber scheiß drauf. Und noch einen schönen Tag. Und ich sage für meinen Teil Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.